Sehr geehrter Herr Ministerpräsident, lieber Antonis, sehr geehrter Herr Minister Santos-Silver, Exzellenzen, meine Damen und Herren. Angesichts der Vielzahl von Krisenherden auf der Welt liegt mir das Thema Higher Education in Emergencies besonders am Herzen. Wir alle wissen, Bildung ist kein Luxus für Friedenszeiten, sie ist ein Menschenrecht. Dieses Menschenrecht steht auch allen Menschen zu, die von Krisen und Konflikten betroffen sind. Gerade für diese Menschen und ihre Gesellschaften ist Bildung von fundamentaler Bedeutung. Für den Einzelnen, weil Bildung individuelle Chancen, Teilhabe und soziale Sicherheit schaffen kann. Und für die Gesellschaften, um zu Stabilität und wirtschaftlicher Prosperität zurückzufinden. Für den Wiederaufbau krisengeplagter Länder sind qualifizierte Fachkräfte und Akademiker dringend gefragt. Deswegen haben wir als Bundesregierung Bildung zu einem Schwerpunkt unserer internationalen Zusammenarbeit gemacht. Deutschland fördert Grundbildung, Berufsbildung und Hochschulbildung. Gerade auch in Gebieten, die unter Krisen und Konflikten leiden. Schauen wir zum Beispiel nach Jordanien, wo wir mit Stipendien syrischen Flüchtlingen ebenso wie jungen Jordaniern ein Studium ermöglichen. Denken wir auch an die Deutsche Akademische Flüchtlingsinitiative Albert Einstein, mit der wir über den UNHCR begabte junge Flüchtlinge unterstützen, die in ihrem Erstaufnahmeland studieren wollen. Junge Menschen haben ein Recht auf Perspektive. In ihre Bildung zu investieren, das heißt, in ihre und unser aller Zukunft zu investieren. Dafür tragen wir gemeinsam Verantwortung. Diese Konferenz und der Rapid Response Mechanism for Higher Education in Emergencies setzen an der entscheidenden Stelle an. Ich danke Ihnen von Herzen für Ihr Engagement und wünsche Ihrer Konferenz allen denkbaren Erfolg. Herzliche Grüße nach Lissabon. Herzliche Grüße nach Lissabon. Vielen Dank.